Das sind Apotheker Martin und seine PTA Franziska. Die beiden empfehlen ihren Kunden täglich, was am besten hilft. Niemand kennt die Bedürfnisse der Kunden besser als das Apothekenteam. Das ist Herr Neumann. Bei einem Pharmakonzern ist er für Marketing und Werbung in Richtung Verbraucher verantwortlich. Häufig weiß er gar nicht genau, was Apothekenteams über seine Kampagnen denken. Hier können ihm Martin und Franziska helfen. Denn sie wissen, wie die Produkte und Kampagnen von Herr Neumann beim Kunden ankommen. Und sie sind Teil des Marktforschungspanels von Aposcope. Sie und weitere rund 1200 verifizierte Apothekerinnen, Apotheker und PTA beantworten Fragen rund um Apotheke, Marken und Pharmazie – unabhängig und repräsentativ. Das Expertenpanel von Aposcope hilft dabei, Kampagnen, Verpackungsdesigns, Produkt- oder Markenlaunches zu bewerten. Aposcope liefert zielgenaue Marktforschungsergebnisse direkt aus dem Apothekenalltag – und das sogar live, noch während die Befragung läuft. Innerhalb weniger Stunden liegen belastbare Analysen für Marketing- und Vertriebsmaßnahmen vor. Alles aus einer Hand. Aposcope – Ihr Partner für Marktforschung im Apotheken- und Pharmamarkt. marktforschung.aposcope.de www.pastor.de www.pastor.de